mehr. Was wirst du mit Sugar Cains? Kann man noch ein bisschen Sugar Cains machen? Was gut ist, ich habe zwei Splash Potions of Weakness und eine Potion of Healing und dann noch Fire Charge. Warte, ich tu mal kurz acht Eisenblöcke, lasst mir mal die Experience Points bitte. Okay. Ja. Ist schon ein Team komplett weg eigentlich? Braucht wir noch Essen? Ja, ich bräuchte ein bisschen vielleicht. Aber ich habe, obwohl ich habe noch ein Brot und drei Steaks. Ich brauche, ich brauche was. Ich kriege Schaden. Du kriegst Schwein. Da. Wecker. Wir sollten, wir sollten. Das ist nicht tödlich, wollte ich nur nochmal so sagen. Ja, trotzdem. So, ich brauche noch ein bisschen Experience, dann hätte ich auch mein letztes Rüstungsteil verzaubert. Irgendwo muss es. Da. Ist da Kohle oder so? Ich baue nochmal ein bisschen Eisen ab und so und dann von mir aus. Das stört gerade richtig doll, dass der Mitchell gerade seinen Trigger für den Stream machen will. Warte, du kommst ständig auf. Mitchell hat das Topic in RüttelMitchell88 geändert. Achso, in seinem Chat. Weckst du die Hälfte meines Screens, ja. So, passt auf, Leute. Ey, das wird jetzt richtig epic. Ich sag's euch. Ey, die Däger sind drei Erfahrungsfläschchen. Wo? Ja, soll ich mir die nehmen oder wer will die haben? Äh, gibt es hier eine. Warte, muss mal gucken. Wo, 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 wo? Hier in der Kiste. Warte, ich nehme mal, ich nehme mal eine und guck mal, wie viel ich dann noch brauche. Ah, warte, das könnte ich was. Da ist noch, da ist noch in der Links, da ist noch zwei. Ah, zwei. Oh, das könnte knapp werden. Aber, äh, Eloi, nimm dir die. Ich brauche irgendwo noch ein Eisen oder sowas her dann. Hat jemand von euch noch Eisen? Äh, ich hab noch 23. Ah, ne. Eisenblöcke? Also unverarbeitete? Ne, unverarbeitete ist nur hier so. Ich brauche... Hier ist noch unverarbeitet. Eine. Äh, zwei jetzt gleich. Ah, ich brauche so wenig. Wer noch unverarbeitetes Eisen hat, einfach reinstopfen. Gibt auch Greenstone? Mach unverarbeitetes. Ist es nicht auch bei Greenstone, dass man Erfahrung bekommt? Kann sein. Können wir ausprobieren. Ach so, ja. Ich glaube, der Erfahrung kriegt sogar fast allen. Ich hab im Moment keinen Koppel mehr. Ey, ich brauche irgendwo so einen Scheiß. Entweder, entweder, ähm, Kohle. Oder noch ein Eisen. What the hell, Alter? Tja. Hopla. Mal schauen. Vielleicht ist da irgendwo noch irgendwas. Catty fell out of the world. Ich suche auch schon, aber... Ich glaube, das ist sinnlos, wenn ich hier einfach so wild rumsuche. Irgendwo ein Muster. Boah, wir haben fast alles geplündert, glaube ich. Ich bin mal gespannt, wie die anderen Teams equipped sind. Wir haben den Bogen, hast du den Bogen verzaubert, ja, ne? Natürlich. Stärke 1. Ey, sie überschreist das meine Brustplatte. Das hat Schuss sicher. Ach, guck mal, Kevin, ich hab hier noch Eisen. Wo, 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 wo? Ja? Am Ende. Dann mach... Nimm am besten mit und mach in den Ofen rein. Dann nehme ich mir das. Hast du jetzt die Cleanstone genommen, T-T? Ja, aber hab keine EP bekommen. Oder XP. Ich brauch die mal kurz. Ich muss eine Falle bauen. Achso, du... Ah, Moment. Ich geh mal kurz hier durch. Ich würde eine Falle mit Dispenser bauen, da rum. Hier. Da. Guck eben noch, ob ich hier noch ein bisschen mehr finde. Ja. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht eisern überrascht, irgendwie. Aber dann können wir nämlich gleich auch schon, denke ich, uns auf den Weg machen. Ja, und dann sollten wir gleich wieder ein bisschen mehr zusammenbleiben. Oh, ja. Ich bin mir nicht sicher, wie lange das noch dauert. Ah, ich hab auch Eisen noch gefunden. Er hat... Und wir sollten wirklich versuchen, echt eisern zusammenbleiben, ne? Das hat letztes Mal echt ganz gut geholfen. Und ich hab Kohle noch gefunden. Ja, sauber. Ich krieg mein Level. Ja, ich hab mein Level. Sauber. Hatten wir noch Sticks? Äh, ne. Aber ich hab noch Holz. Ich glaube ich. Ich hab auch noch Holz. Ich hab 13 Sticks noch. Ne, ne, reicht schon, reicht schon. Puh, war hier schon jemand. War schon jemand, naja. Wo? Wochen 2. Ich hab hier irgendwie Gravel gefunden. Keine Ahnung. Ja. Oder? Ja doch, war schon jemand. Ach, da ist ein Pender dabei. Ah, ja stimmt, hier war ich schon. So, so. Aber kann ja sein, dass du's übersehen habt. Ne, ne, ich bin von der anderen Seite jetzt gerade rangekommen. Weil die Stelle war ziemlich unübersichtlich. Von der Begrenzung aus, ja. Da bin ich hergekommen. Gut. Das müssen wir mitnehmen. Ich hab jetzt auch noch irgendwie 5 oder 6 Eisen. Also ich hab alles mit Protection in der Rüstung und Sharpness 1 auf dem Diaschwert. Ich hab fuck nochmal ein Eisenschwert. Alter, wie geil. Weil das einfach ist. Der wird so heftig, heftig übertrieben gut jetzt. Ich sag es euch. Das wird einfach so bosshaft. Ähm, wollen wir denn, ähm, wollen wir denn unten bleiben? Bis... Ja. Ich würde sagen, wir gehen gleich auf Fight-Suche, oder nicht? Boah. 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 Schade, äh, wir können noch Lava mitnehmen. Wo ist der Lava, sehe ich? Ich mach Eimer, da können wir Lava mitnehmen. Hier. Ach, guck mal hier. Hier. Guck mal hier, Ombro, komm mit. O, ne, hier. Oder ja, geh mit Goodie, wenn der was jetzt parat hat. Lava. Darum, ich mach jetzt Eimer. Gerade freigebuddelt. Eine Falle, darin. Oh. Da ist noch eine Kiste. Ach, da ist eine Kiste. Also da sollte man am besten von oben ran. Warte. Oh, pass auf, wenn ihr hier irgendwas zubaut. Nicht, dass ihr den Lavafluss auf mich lenkt. Vier Bottle Enchanting, Potion of Healing, Potion of Resistenz, zwei TNT, 40 Pfeile, Milch und Redstone. Guck mal, ich pro, ey. Äh, nimm mir, gib mir die Pfeile und, äh. Pfeile in der, Pfeile in der, Pfeile in der Kiste, äh, vier Bottle of Enchanting, die kann noch irgendjemand nehmen, der noch nicht alle Level hat. Ich hab schon alles. Dann Potion of Fire Resistenz, nehm ich mal mit. Ja, du nimmst das mal. Und Instant Health, nehm ich auch mal mit. Und zwei, TNT brauch ich noch. TNT hab ich auch. Ich hab auch noch, ähm, ich hab noch zwei Redstone Repeater, ich hab ne Redstone, äh, Torch und Redstone so auch noch, kann ich hinlegen. Gegen was war, Milch war gegen Vergiftung. Nehm ich auch. Ich hab auch mal mit. Äh, Feuerzeug, Umbro, brauchst du das? Ich hab schon eins selber gekauftet. Okay. Ich hab nämlich auch eins. Ach ja, ich hab noch sechs Redstone Charged, keine Ahnung, wofür kann man das gebrauchen? Was hast du? Feuerbälle, ja. Gib mal her, die Feuerbälle. Die Feuerbälle brauch ich. Ähm. Okay. Ich mach, ich mach. Mamas, du hast, hast deine Rüstung gar nicht Enchanted, ne? Ne, hab ich nicht, weil ich ja nicht genug Level hatte. Mach das mal. Oder, oder wer, wer hat denn? Ich hab jetzt auch noch nicht. Wer, vielleicht wollen wir, oder Umbro, was hast du alles Enchanted? Ich hab alles Enchanted. Okay, ja. Ich nehm mich auch. Dann muss irgendeiner von euch, Ele oder Dingens, nehmt euch die, ähm, Bottle of Enchanting und dann Enchantet eure Sachen auf jeden Fall. Damit wir noch ein bisschen OPA sind. Wollen wir den Eingang, warte mal, ich werd den Eingang jetzt ein bisschen manipulieren, okay? Guter Einwand aus dem Chat. Hier geht schon mal alle vor. Was? Wollen wir uns hier jetzt verschanzen und dass wir hoffen, dass sie OPA fighten? Ne, das ist viel zu lange. Ich würd kämpfen. Okay. Boah. Ich würd einfach fighten wie ein Mann. Ach, guck mal, hier haben wir nochmal Kohle und Eisen. Warte. Dann würd ich sagen, ich werd dann den, äh, ich werd dann hier die Hürde dann ein bisschen manipulieren. Okay, und dann sollten wir uns auf jeden Fall, aber wir sind jetzt die tapferen Krieger, Alter. Wir haben Diaschwert, wir haben richtig viel Enchantet, wir haben alles. Soll ich mal nach oben, ja. Ihr müsst aber vorgehen, weil ich bin dann als letzter dann. Jo, und ne Workbench sollten wir mitnehmen. Ich hab noch ein paar Sticks, damit wir die restlichen Diamantschwerter craften können, falls wir Diamant... Meine Workbench und zwei Öfen sollten wir mindestens mal mitnehmen. ...erbeuten sollten, ja. Holz hab ich genug dabei. Ich hab, äh, ich hab, ähm, 90 Holz dabei. Das ist jetzt da. Guck mal, hier ist noch Eisen drin. Eigentlich ganz nice klappen. Oder soll ich mir die Level holen? Hier mit dem Eisen rausnehmen und so. Hol dir das, hol dir das. Und enchant dir deine Sachen so gut wie es geht. Erst das Schwert und dann die, die Chestplate und so. Hier ist noch viel Kohle drin, nehm ich auch mal mit. So, ich bin jetzt Level 2 in Halt. Jo, Level 2 kannst du enchanten. Wenn Level 1 ist, enchante Level 1. Was soll ich denn? Was soll ich denn? Was soll ich denn? Mach das Schwert. Das Schwert. Okay, aber dann, ja okay, ne. Das Schwert alles macht. Wo haben wir denn? Oh, ich bin so aufgeregt. Nee, ich bin unser AD Carry, ich hab einen Bohm. Sharpness 1 hab ich. Ja, Sharpness 1 ist gut. Und wenn du kannst, werf mal die Rüstung rein. Vielleicht kannst du die auch noch. Welche denn? Chestplate? Muss ich denn erst auszunehmen? Die kann, ich stell mir grad vor, wir könnten eigentlich in Minecraft, könnte man auch so'ne, so'ne LOL-Mod machen. Projector, Project, äh, Protection. Protection 1, sehr gut. Aber Projector, Protection, ne? Ja, ja. Das weiß ich kann, glaub ich. So'ne LOL-Mod, bei Minecraft. LOL-Mod? Ja, ja, ich weiß, den gibt's. Hab ich schon gespielt, aber fand ich scheiße. Ja? So was nehmen wir denn noch. Ähm. Was, was ist denn auch Ward Potion? Macht gar nix, no effects, oder was? Was für Name ist das denn? Ja. Ne, da musst du noch was rein schießen. Oh, ne Vorstufe. Umro, hier, Tripwire, das brauchst du bestimmt für deine Fallen, oder? Äh, ne, 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 ich mach da gute alte Druckplatte. So, ich muss neue Musik anmachen, schon der. Okay. Warte mal, ich war noch mal. Wie sieht's jetzt aus? Können wir, können wir in den Kampf ziehen? Ja, ihr könnt schon mal losgehen. Ich mach hier ein bisschen. Also ich, ich persönlich wäre lieber für unten drinbleiben, aber. Das ist aber viel zu langweilig. Habt ihr jetzt, habt ihr alle volle Rüstung, weil wir haben hier nicht. Nämlich noch ein Helm und ein Ding ist drin. Ey, ich finde unten warten wäre viel zu langweilig. Müssen den Leuten ja was bieten, ne? Ach, sind doch nur die Abonnenten. Ey, Titi, wenn wir gewinnen, dann müssen wir aber durch unsere Fallen sterben. Ja, genau. Ja, dann gehen wir alleine in unsere Fallen und zeigen, wie OP wir sind, weil wir selbst durch die nicht sterben. Dann übernehmen wir noch. Und wenn wir sterben, dann können wir uns auf die Abonnenten. Titi, du wirst dann heimlich deinen Trank trägen. Hier auf Lambda TT Gamer TV. Oh, das reicht so. Das ist so gut einfach. Aber wo ist jetzt, wo ist jetzt, ach ja, ich brauche keine. Okay. Hier so ein, äh, im TS, da brauchen wir irgendwo noch, äh, irgendwo kommt ein Lambda Icon hin. Ja. Müssen wir mal gucken, wo. Live und online kann da rein. Ja, auf jeden Fall. Ja, wobei live und online ist, äh, da kann man keine Icons machen, ne? Schade. Ja, weil das so ein Platt heißt. Das Monsterensee einfach. So. Aber da sieht man den zu wenig, finde ich. So, ähm, okay. Können wir? Oder direkt als Server-Icon. Ich würde jetzt gerne... Server-Icon. Ich glaube, wir können. Okay, wo geht's lang, hier? Eine neue Server-Gruppe. Ist hier schon eine Falle? Nee, 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 ich mach die oben, die fallen erstmal. Okay, ja, dann, äh, zeigt einer den Weg an. Ich bin bereit, zu kämpfen. Okay. Das Wichtigste haben wir vergessen. Was denn? Wir dürfen noch mitnehmen, ne? Ah, der Enchanting-Table. Die Enchantment-Table. Okay. Auf geht's, Leute. Ich bin absolut bereit. Ich finde, wir haben sehr gut gearbeitet, haben sehr viel gut gefunden. Wenn wir sterben, dann sterben wir in Ehre. Esadari left the game? Was? Warum? The Sim? Äh, ja. Sind die tot? Ich bin doch tot, oder? Ja, ja. Ach, die sind schon lange tot? Ja. Ach, hab ich gar nicht mitgekriegt. Ja, Esadari, was denn da los? Da können wir uns gar nicht auf dem Schlachtfeld sehen. So, gut, hier, Ombro, wenn du noch das Cleanstorm brauchst. Ja, was haben die denn dann gemacht, Kijk? Na, kannst du doch mal sagen, was für eine Taktik haben die denn, äh... Ja, die haben so... Was? Äh, die haben so ein kleines Haus in den Bäumen eher gebaut. Ah, ah. Die sind doch nicht, die sind dann doch auch in die Erde. Ja, ist... Okay, so... Ich wäre so weit. Okay, ich auch. So, übernimmt einer die Führung. Goodie, übernimm die Führung. Warum ich? Ja, weil ich jetzt nicht weiß, wo es rausgeht. Und ich glaube, du schon. Äh, Moment, ja. Ich glaube, andere Seite.